Leute, willkommen zurück bei Super Mario Galaxy 2. Im letzten Part hatten wir wieder in der Heiß-Kalt-Galaxie einen schweren Stern zu knacken. Wir haben ihn aber hingekriegt. Und jetzt werden wir diese Welt beenden. Wir werden jetzt Bowser Juniors Böller-Bunker. Da gibt es nämlich noch zwei Sterne, die wir uns holen können. Dann sind wir hier mit dieser Welt fertig. Dann haben wir nur noch 32 Sterne vor uns. Und das wird, denke ich, hoffentlich leichter als das, was wir in dieser Welt erlebt haben. Aber ich glaube eher als das Gegenteil. Es wird wesentlich schwieriger werden. Ich höre auf jeden Fall schon ein. Bis zu den Blanken müssen wir wenigstens nicht laufen. Das ist schon mal eine gute Sache. Gut, hier ist aber erstmal keiner. Und zack. Ich hoffe, ich habe richtig gezielt. Yes. Das war Grünstern 1. Nicht mal eine Minute im Part, Alter. Nicht mal. Naja, vielleicht noch eine kleine Minute. Wir mussten ja noch den Kugel-Willi bringen und sowas. Aber wir haben in einer Minute den ersten Stern geholt. Finde ich gut. Und den zweiten haben wir ja schon gehört. Der befindet sich in der Nähe von dem letzten Stage-Dingens. Gut. Da sind wir wieder zurück. das gleiche Spiel wie eben. So, jetzt wieder den Kugel-Willi erstmal holen. Perfekt. Dieses Mal müssen wir uns an die Zielscheibe ranschießen. Und ein One-Up. Danke, du Spasti, Alter. Verreckt doch in Scheiße. So, tschüss. Aber erstmal hier hoch. Den nehmen wir nämlich mit. Woo! Okay, hier ist ein Checkpoint. Das ist schon mal eine gute Sache. Noch sehe ich... Ich sehe ihn nicht. Aber er muss auf jeden Fall hier sein. Fall in das schwarze Loch, Alter. Und stirb. So, wir gehen einmal rum. Ist er hier bei einem Boss? Nee, oder? Das glaube ich nicht. Du bist auch nicht. Ich sehe ihn! Ich sehe ihn! Woohoo! Ich sehe ihn! Waaaa! Oh! Dann muss er hier irgendwo sein. Die Frage ist, wo? Grünstern 1 war unter uns. Da hinten ist Grünstern 1. Genau. Echt jetzt? Du willst mich rollen, Alter. So, mal gucken, ob das passt. Woher? Why? Warum genau da? Hä? Gut, wir sind aber durch mit dem Level. Damit haben wir diese Galaxie fertig. Wir sind in der vorletzten Welt. Mit dem riesigen schwarzen Loch. Cometen Alarm. Grünstern 1. Ich sehe ihn nicht. Ich höre ihn auch nicht. Da oben ist aber einer auf jeden Fall. Ich wette mit euch, einer wird auch hier sein. Das war knapp. Jetzt wird es interessant. Das habe ich mir nämlich gedacht. Yes, damit haben wir ihn. Erster Grünstern eingesackt. So muss es sein. So schnell. Zack, einfach rein. Zack, Grünstern geholt. Fertig, wieder raus und wieder ins Level rein. Warum kann es nicht immer so gut gehen? Ich finde dieses Bild im Hintergrund immer noch sehr gruselig mit dem schwarzen Loch und so, ne? Das sieht halt schon wirklich richtig geil aus. So, Grünstern 2. Den haben wir, glaube ich, schon gesehen. Das dürfte der da oben sein. Nein. Nein. Ist egal. So, ich finde diese Lava-Monster trotzdem über-nice. Nein! Oh! Dann mal los. Habe ich mir gedacht, dass Grünstern 2 da oben ist. So, das war zu einfach. Und zack, einmal hier ran. Den brauchen wir im Moment nicht. Perfekt. Ja, nee, ist klar. Ja, genau. Cheater, Alter. Rudi! Kannst du schön vergessen. Du kannst mir mal ein Leben geben. Danke. Ja, auf Wiedersehen. Ja, genau. So, vorsichtig jetzt. Und damit haben wir ihn. Zweiten Grünstern. Die Frage ist, wo ist jetzt der Dritte in dieser Welt? Das wird jetzt interessant. Ob wir da in einen der anderen Level kommen, oder ob wir in dem Level hier bleiben. Also im ersten. Alter, die Sterne fliegen, ne? Es sind nur noch 30 Sterne. Dann haben wir die 100%. Wir sind also in einem anderen Level drin, ne? Okay. Dann wird das jetzt sehr interessant. Ist das gerade mein Scheißernst, Alter? Real Talk? Wirklich jetzt? So, jetzt wird es interessant, weil ich weiß nicht, wo der Stern ist. Dann gucken wir mal. Bis jetzt sehe ich ihn noch nicht. Da ist er. Okay. Das wird verdammt schwer. Also das wird nicht einfach werden. da ranzukommen. Könnte sein, dass wir jetzt den restlichen Part hier verbringen werden. Das kriegst du zurück, du Spasti, Alter. Let's go. So, und weiter. Volle Konzentration jetzt. Großartig. Finde ich gut. Wir müssen da auch direkt reinrollen. Deswegen kann es sein, dass wir den restlichen Part hier verbringen werden. Weil das halt leider nicht einfach wird. So, komm. So, komm. Oh, yes. Oh, yes. Nice, easy. Wow. Voll reingerollt, Alter. Sehr geil. Nice. Wir verbringen doch nicht den ganzen Part hier. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Das war für mich eine Überraschung, wo ich es gesagt habe, dass wir es sofort schaffen. Nehmen wir gerne mit. Möchte ich behaupten. Jetzt müssen wir gerade gucken, welche Galaxien wir zuerst machen wollen. Ich würde gerne zuerst die hier machen, weil auf die Funzelblitzgalaxie habe ich am wenigsten Lust. So, mal gucken, was Grünstern 1 und Grünstern 2... Grünstern 2 kann ich mir gut vorstellen, wo der ist, aber Grünstern 1 nicht. Da oben ist Grünstern 1. Haben wir ihn gesehen. Okay. Okay. So, dann Yoshi kann gerne mal wieder dick werden. So, Grünstern 1 ist nämlich von hier an, wenn wir jetzt einfach nach rechts gehen. Und easy. Grünstern 1 haben wir geschnappt mit Konzentration ein bisschen. So, und Grünstern 2 kann ich mir vorstellen, wo der ist. Wer hätte gedacht, dass wir... so lange brauchen, um das Spiel durchzuspielen. Gut. Wir hätten viel weiter kommen können, hätte ich mich nicht bei der Buhu-Mondgalaxie so dumm angestellt. Also wirklich. Dann wären wir jetzt schon vielleicht noch bei 20 Sternen oder so. Aber bald haben wir Mario Galaxy auch zu 100% auf meinem Kanal gemacht. Leider müssen wir Super Mario 64 nochmal machen, weil das habe ich leider nie zu 100% beendet. mein altes LP wird dann natürlich auf Privat geschaltet und ihr bekommt das Neue zu sehen. Auf 100% natürlich dann. So, dann wieder hoch. Das habe ich richtig gut gemacht. Das war doch nur eines Profis würdig. Sagt es mir, Leute. Das ist halt echt so. Der Profi. So, hier brauchen wir nicht darauf Acht geben, wo wir lang müssen. Wir gehen einfach. Weil wir müssen eh hier lang. Der nächste Grünstimm wird irgendwo hier sein. Die Frage ist nur, wo hier? Ich sehe ihn. Wir haben ihn. Nice. Ich hatte mir gedacht, dass der in diesem Gebiet sein muss. Ihr wahrscheinlich auch, aber Wayne einfach. Wayne. Wir haben ihn. Damit ist das abgeschlossen. In den nächsten vier Parts werden wohl die letzten werden. Ziemlich sicher sogar. Also ein Part nehme ich nach dem hier ja noch auf und dann die drei Parts danach werden wohl die letzten werden, die wir von Mario Galaxy haben. Darf ich ein neues Projekt schon vorbereiten. Geil. Und wie gesagt, das ist auch schon in meinem Kopf. Das werden drei Projekte hintereinander werden, weil es relativ kurze kurze Spiele sind. Insgesamt gehen sie 24 Stunden. Ne, also so wie Prince of Persia so ähnlich. Außer ich stelle mich halt selten dämlich an in diesem Spiel, aber wir gucken mal. Und sie werden endbrutal werden. Also ein Horrorspiel, was endbrutal ist. Vielleicht könnt ihr euch ja schon denken, was es ist. Gut, wir können erstmal einfach weitergehen. Ach ja, das funktioniert ja nicht mehr. Leider. So, dann schauen wir mal, ob wir die Stände hier auch relativ schnell finden. bis jetzt noch keinen gefunden. Hier auch nicht. Da ist einer. Wir haben ihn. Easy. So, Grünsteher in eins. Fehlen nur noch zwei in dieser Galaxie, glaube ich, oder? Waren es nur, waren es ja auch nur wieder zwei. Wir schauen mal. Aber leider müssen wir jetzt erstmal wieder diese Sequenz hier angucken. Wie jedes Mal. Unsere One-Ups kehren langsam zurück. Okay, waren hier auch nur zwei. Ich freue mich überhaupt nicht auf Galaxie Z, ne? Galaxie Z wird halt End-Scheiße. Also das verspreche ich euch. Galaxie Z wird leider End-Nervig, aber egal. Wir kriegen das auch wieder hin. Hoffentlich. So, dann wieder den gleichen Weg. Einmal ins kalte Nass. So, Mario wird uns mit dem Schwimmen begleiten. Dann mal los. Der Panzer wird uns hier durchs Wasser bringen. Ich kann mir vorstellen, wo der Zweite ist. Aber wenn er da wäre, dann wäre das offensichtlich. Ja, ne, ist klar. Werden wir hier jetzt drauf gehen? Weil wir gleich keine Luft mehr haben. Wahrscheinlich, ne? Wird verdammt... Ich wusste es. Das war so offensichtlich, ne? Es war so offensichtlich. Das war so klar, dass der Stern hier ist. Wow. Offensichtlich erkanst du ihn gar nicht platzieren. Und Leute, ihr müsst wissen, ich glaube, ich habe Mario Galaxy in meinem Leben einmal durchgespielt. 100 Prozent. Das sind einfach so offensichtliche Sachen. Und wie jung war ich da? Als ich mit Mario Galaxy rauskam, habe ich es halt gespielt, den zweiten. Einmal. Und das war es. Dann nie wieder. Obwohl Mario Galaxy abgesehen von der Hubworld alles besser macht als eins. Und im Soundtrack vielleicht. Der Soundtrack, der nimmt sich in beiden nicht viel. So, Grünstein 1. Mit der Urwerkruinengalaxie werden wir höchstwahrscheinlich nicht mehr fertig. Da ist einer. Das ist auch Grünstein 1. Okay. Sehr interessant. Dann wird das echt ekelhaft. Gut zu wissen, dass Nintendo hier sicher ihrer Linie treu bleiben und sie immer noch ekelhafte Level machen können. Das habe ich richtig gut gemacht. Oh, daran zu kommen wird extremst schwer, Alter. Komm. Yes. Wir haben ihn. Grünstein 1. Easy. Hä? Ach so. Als nächstes wird dann übrigens, Leute, das nächste Mario Projekt kann ich euch hier auch schon mal sagen, dass wir Mario Sunshine werden. nach den drei Projekten, denke ich mal, mache ich Mario Sunshine. Mario Sunshine wird richtig furchtbar werden zu 100%. Ich glaube, ich habe Mario Sunshine zu 100% noch nie gespielt. Nur immer bis zum Boss und dann nicht mehr weiter, weil blaue Münzen und sowas, ihr kennt das Problem. Wir werden in Mario Galaxy alles zu 100% spielen, also auch die blauen Münzen und die blauen Münzen sind das, worauf ich am wenigsten Lust habe, wenn ich ganz ehrlich bin. Das wird ganz, ganz furchtbar werden. Ähm, ich freue mich trotzdem drauf, mit euch Mario Sunshine zu erleben, weil es auch ein gutes Spiel ist, auch wenn es von allen 3D Marios, wie ich finde, das Schlechteste ist. Ähm, finde ich die Prämisse halt super geil. Es gibt übrigens eine Mod zu Mario Sunshine, die heißt Mario Sunburn, wenn ihr Mario Sunshine nochmal erleben wollt. Gönnt euch Mario Sunburn, gibt es zwar nur auf Englisch, aber Mario Sunburn macht aus Mario Sunshine ein Open-World-Abenteuer, wo ihr die Level auch von der Hub-World aus betreten könnt. Wir werden das im Originalen spielen, wir werden nicht Sunburn spielen. Sunburn kann ich irgendwann mal als Projekt bringen, wenn ihr das wollt. Ähm, aber ja, nur als kleiner Tipp von mir, falls ihr Mario Sunshine nochmal erleben wollt. Dann gönnt euch Mario Sunburn. Dann mal los. Er ist irgendwo hier, ich habe ihn gehört. Das war knapp. Ich kann mir auch vorstellen, äh, wo er ist. Das war richtig knapp, Alter. Wow. Selten sowas Knappes erlebt, wie das gerade eben. Um weiterzukommen, müssen wir jetzt hier gleich gleich den Schalter drücken. dann werdet ihr sehen, wo der Stern ist. Dann mal los. Da oben ist er nämlich. Okay. Interessant. Ich habe mir jetzt gedacht, der ist woanders, aber dann habe ich mich halt geirrt. Und wir haben ihn. Easy. Dann holen wir in diesem Part auf jeden Fall noch den dritten und machen die Urwerkruinen-Galaxie fertig. So, und im nächsten Part, dann machen wir die restlichen Galaxien von hier und dann sind wir in Welt-Set. Und die nächsten drei Parts werden dann wohl auch die letzten werden. 23 Sterne noch. Mal gucken, wo jetzt Grünstern 3 ist. Grünstern 3. Ist wieder dasselbe. Okay. Dann wird dieser Stern leider ein bisschen auf sich warten lassen, weil wir müssen jetzt gleich die andere Ebene nochmal machen. Dieses Mal hole ich mir aber nicht den extra Pilz. Den lassen wir liegen, weil wir brauchen ihn nicht. nicht. So, einmal hier lang. Und hoch. Perfekt. So, weil wir wollen ja schnell durch. So, viel zu einfach. Okay. So, jetzt warten wir wieder einen Moment, damit wir ohne Sorge einfach darüber gehen können. Ich habe nämlich keinen Bock, dass wir hier gleich abstürzen. Ihr kennt das ja, Klempner stürzen immer gerne ab. So, und zack. die Idee, hätte ich damals schon kommen können, ne? Einfach hier am Rand lang zu gehen. Das ist viel einfacher. Muss man erstmal drauf kommen. Der Grünstern hat mich nämlich gerade auf die Idee gebracht. Dann dauert das nämlich doch nicht so lange. Zack. Und der letzte Grünstern wird irgendwo hier sein, ja. Habe ich mir gedacht. Ich habe ihn schon gehört. Die Frage ist halt, wo? Also erstmal dann noch weiter, denke ich mal. Okay. Ja, das passt. Okay, jetzt ist die Frage, was hat mir das gebracht? Das ist nur der normale Stern. Da ist nur ein Power... Dein Ernst? Oh yeah, das wird richtig geil, Alter. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen, als das jetzt zu versuchen. Nein! Oh Mann! Jetzt dürfen wir den ganzen Kackweg nochmal da hochgehen, Alter! Ich mache drei Versuche und dann schneide ich euch bis dahin zum Stern, bis den letzten Versuch wieder ran. Weil sonst geht der Party einfach wieder zu lange und da habe ich keinen Bock drauf. Ich versuche das so schnell wie möglich halt einfach zu machen. hat natürlich nicht geklappt. Sehr gut, das hat geklappt. So, dann einmal hoch. Wir sind wieder da. Das wird halt jetzt trotz allem richtig, richtig witzig werden, Alter. Yes! Wir haben ihn! Sehr nice! Zweiter Versuch. Easy going. 36 Minuten ist zwar etwas lang, aber das ist okay. Dafür machen wir den nächsten Part dann kürzer. Dann haben wir wenigstens die Urwerkruinengalaxie nochmal abgeschlossen. Sehr nice. 22 Sterne noch. Schön mit einer geraden Zahl abgeschlossen. Abgeschlossen, so kann man es machen. Leute, ich will hier aber gar nicht mehr lange reden. Wir haben mehr als genug Sterne in diesem Part gesammelt. War ein guter Part. Im nächsten Part werden wir noch weitere Sterne sammeln und dann fast dem Ende entgegenfiebern. Ich bedanke mich an der Stelle bei euch fürs Zuschauen. Liked dieses Video, abonniert den Kanal für mehr Mario-Content oder wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Genießt noch euren Tag und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Part wieder. Bis dann! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020